Ich habe es zumindest vorsichtshalber mal gemacht. Also die Aufnahme pausiert und wieder neu gestartet. Ich habe keine Ahnung. Finale. Ich gucke mal, vielleicht finde ich wieder sowas. Ja, nein, danke. Vielleicht ja hier. Ja, das wissen wir schon. Ja, das wissen wir auch schon. Wow. Das ist mal wieder... Warte mal. Ich will doch nur nochmal das Ding sehen. Oh Mann, zeige ich mir doch nochmal das. Zeigt er mir nicht, ne? Ich wollte eigentlich nochmal hier... Okay, dann gucke ich halt mal so. Ich glaube auf dem Thumbnail, was er mir nicht mehr zeigt. Gerade gemein zu sehen, dass er nicht... Oder? Nicht bis dahin... Obwohl doch, oder? Nee. Sieht nicht danach aus. Aber cool, dass du... Ja, nein, nein, das ist nicht. Cool, dass du die gleichen Charaktere... Teilweise die gleichen Charaktere benutzt wie ich. Also, Zhao scheint ziemlich beliebt zu sein. Ich will doch nur wissen, welche Reihenfolge... Und dann gleich wieder... Ja, danke. Ich habe die halbe Seite schon runtergescrollt und dann fragst du mich nach Cookies. Das ist natürlich super. Ah, ja, schön. Die hören auch alle genau hier vor auf. Also, komplett. Alle zeigen nur diese Wurzeln. Und hören dann vor dem Finale... Hören die auf. So schließen sie ab. Nein, es ist dann noch nicht abgeschlossen. Vergiss es, aber es ist dann noch nicht abgeschlossen. Ne, wenn man Kamisato da fertig hat und dann mit ihr geredet hat, ist es nun nicht abgeschlossen. Schon wieder. Die hören schon wieder danach auf. Ähm, andere brauchen nicht so lange wie ich anscheinend. Wir sind anscheinend auch das Opfer. Sehe ich gerade Opferdarbringung. Ähm, schön. Oh, ja, schön. Äh, nein. Hm. Ne, ist schon wieder... Keine Ahnung. Oh, ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ähm. So, Renschen... Impact... Äh, Reinigungsritual Heilige Sakura. Finale. Ah, ja, hier. Hat ja auch... Doch, da hat doch tatsächlich mal jemand genauso lange gebraucht wie ich. Zumindest, wenn ich ihm zwei Stunden gebraucht habe, dann, dann, dann ja. Er hat auch zwei Stunden gebraucht. Ähm. Aber man bedenkt, was man alles machen muss. Ähm. Ich hoffe doch, dass alles dabei ist. Ja, doch. Er scheint tatsächlich alles zu haben. Auf YouTube findet man es halt doch besser als bei Google. Okay. Mikro wieder verrutscht, sorry. Okay. Ja, er hat dem auch nicht geglaubt. Er hat dem auch nicht vertraut. Okay. Cool. Wenigstens etwas, ähm... Ja. Kannst du noch nicht, äh, aber... Das habe ich zuerst gecheckt, dass ich den da besiegen muss, bevor ich irgendwie was machen kann. Das hat er nicht kapiert, aber gut. Ich gehe noch nicht hin, weil aus dem einfachen Grund, weil, ähm... Ja. Okay, so lange scheint das gar nicht mehr zu dauern. Ähm. Ich mache den mal ein bisschen schneller. Okay, jetzt hat er ihn besiegt. Oder fast besiegt. Jetzt mache ich ihn wieder auf normal. Ihr seht es nicht, aber, ne, ich gucke mir gerade, ähm... Video-Tutorial... Mehr oder weniger an. Äh, Tutorial an. Okay. Warte mal, den einen habe ich ja gar nicht mehr, ne? Was macht der denn da? Weil er scheint damit auch Probleme zu haben. Okay, ich fühle mich nicht mehr ganz so dumm. Weil die habe ich gleich gefunden. Oder habe ich es doch schon richtig gemacht. Weil bei ihm ist noch ein Dings drüber, ne Eins. Bei mir nicht mehr. Ach so, okay. Er wollte sich die nur aufzeigen. Nüs. Okay. Ich glaube, so eh nicht hatte ich das auch schon. Ah, ne, bei ihm ist es verschwunden. Ach so, okay. Okay, warte. Ich hoffe, ich merke mir das. Wäre ein bisschen doof, wenn nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, wäre auch ein bisschen doof. Aber ich bin da mit der Typ bekannt. Mehr oder weniger. Man will es nicht, aber... Ne? Ist halt auch immer so eine Sache. Also ich fühle mich halt manchmal so, ne? Ist jetzt nicht irgendwie, äh... Selbstzerstörerisch gemeint. Aber man fühlt sich halt manchmal richtig dumm. Weil man denkt, okay, äh... Anscheinend ist das ja easy und so. Okay, warte. Ich muss es nochmal machen. Okay. Aber... Das heißt, auch die anderen Dinge sind gesetzlich. Ich bin ja auch die anderen Dinge. Ich bin der unlike sie. Danke! Ihr und eure Limitierungen hier unten. Echt scheiße, ne? Merkt ihr selbst, ne? Ich bin auch nicht ready, ja? Okay. Okay. Ähm, ja. Jetzt muss ich es mir da nochmal angucken. Warte, ich bin ja jetzt wieder hier unten. Nein! Ich wollte nicht chatten. Ähm, er ist noch ein bisschen rumgelaufen. Ja, ist klar. Boah, dass das Bild auch immer dunkel wird, ne? Ich hasse das. Okay, da ist er schon rumgelaufen. Warte. Okay. Nur, wenn man zurückspult. Äh, ja. Okay. Bei dem Baum, rechts vom Baum, hat er die zwei hingemacht. Oh Gott. Also ist da die zwei. Nein! Ne, die drei. Okay. Äh, ja. Ich sollte mir besser koordinieren. Okay, da war die drei. Dann ist es da hinten. Doch, die zwei. Jetzt gehe ich nochmal zum Baum hin. Schwör schon mal. Oh, warte. Jetzt habe ich es verpasst. Andere Seite vom Baum war die vier. Also doch, hier. Ja, dann läuft der hier so ganz komisch hoch. Ach komm. Ja, ist halt ein bisschen, äh, verwirrend, ne? Ja, ja. Ja, rechts von dem Baum ist dann die fünf. Hatte ich das nicht schon so? Nee, vier, fünf. Okay. Warte. Ähm. Hier, wo ich die vier hatte. Kommt noch einer dazu. Darf ich hier? Vier. Warte mal. Dings. Dings. Ah, ja. Okay. Ich weiß. Wie übrigens auch, äh, warte, nein. Ziemlich dämlich. Aber gut. Gut. Ich weiß. Ich weiß nicht. Oh, danke. Keine Ahnung warum Ja ja Ja, danke Ich hätte den Alo-Ros nicht gewonnen Brauch hier Ah ne noch nicht Ich hasse das jetzt schon ne Was heißt jetzt schon War vorher schon dämlich Nein Nein Das ist halt reine Verständung ne Von äh Okay Ähm Wieder dasselbe? Nur andersrum? Ach nö Was beim ersten Mal schon so gut geklappt hat ne Hier war die zwei Und da die zwei Ne Hierbei übernetzt mal die zwei ne Was jetzt andersrum ist Dann muss jetzt hier die zwei sein Ähm Und hier die fünf Da war die drei, da war die vier Also muss jetzt hier Also muss jetzt hier Die drei Und hier die vier sein Vielleicht wird es mir sogar dadurch bestätigt, dass es selber hingeschossen hat Oder auch nicht Oder auch nicht Ne Puh Okay, warte Ähm Jetzt hab ich mir schon wieder alles versaut ne Oder? Das sah so einfach aus Das sah so einfach aus Okay, warte, das war das Ja Okay Okay, da ist er jetzt auch Ist für ihn genauso sau schwer wie für mich Okay, das ist Beruhigend Wenn mir grad alle Haare mal wieder ins Gesicht fallen Ich glaub wir können gleich wieder von vorne anfangen Aber wir kriegen trotzdem nicht die Dings zurück Denkt ja nicht daran, dass wir äh Das was wir gerade ausgegeben haben ne An ähm Items, dass wir die zurückkriegen Nur das wird resettet Unser Item Dings wird nicht resettet So Hier ist die zwei Da ist die drei Okay, warte Ich sollte mit zu Ende und gucken ne Ach Schnuffel Okay Okay, vier, fünf Okay, warte Ähm Ich hab mir die richtige Reihenfolge gehört Eins Zwei Drei Vier Ist halt doof, dass das jetzt runter geht, ne Ich glaub selbst wenn ich's jetzt richtig hab, ist's falsch, ne Na, glaubst du selbst nicht an deine Dings? Oh, warte mal Oh, warte mal Nur vier? Hä? Zwei, drei, vier, fünf Ich versteh's jetzt nicht Ähm Hier die zwei Hände noch Nein Was? Ich weiß, er ist jetzt schon Ach ne, hab ich ja vom Feuer gesagt Wow Zwei Ich glaub eh nicht, dass ich das jetzt mal hinkriege, weil, für Stray und so Also für alle, die nicht für Stray kriegen, ne Äh Drei Vielleicht auch vier zu empfohlen Ähm War... Ne, warte, ich hab die falschen gemacht, ne Nein Nein Zwei Vier Ich hasse es Ich hasse es Es war doch das Richtige, oder nicht? Tja Bei ihm hat's funktioniert, also muss ich... Moment Alter Als erstes hab ich mir auch wieder nicht gemerkt, also das muss ich mir sowieso wieder angucken Alter, nee Ich bin jetzt schon kein Fan von Mint doch wenigstens diese Elektrosequenz raus Also, alles andere reicht schon Ähm, dass man nicht getroffen werden kann, während man diese Rätsel löst Also Rätsel und Schaden ist halt immer so ne dreckige Kombo, ne Die alles nur in die Länge zieht Das macht's nicht spannender, das macht's auch nicht irgendwie... Ich weiß nicht, die Leute denken immer daran Oh, ja, das ist ein Schwierigkeitsgrad Und, hm, ja, das muss halt so sein Nein, ist es nicht, das ist einfach nur fucking ätzend Ist halt, ne Ich geh mal weg Dankeschön Äh, ne, es zieht halt alles nur verdammt in die Länge Es macht's nicht schwerer, es macht's einfach nur nervig Okay, es macht's auch ein bisschen schwerer, aber Nicht im Sehensinne Ja, ich mach jetzt ein Rätsel schwer Sondern einfach nur, ne Ja Ich glaub, man kennt die Schwierigkeiten von schwer und schwer Also, ne, ihr wisst, was ich meine Hoffe ich Na, hier geb ich einfach nur meine ganzen Dings aus, ne Ich muss halt die ganze Zeit healen Okay Ne Ich kaufe mal wieder alles Auch wenn ich so viel davon hab Ich könnte mal wieder Ne Ne Alles kaufen Wir tragen echt viel und so, ne Echt useless Dinge Und so ein paar davon verbrauchen wir aber Ne Nicht alles Wie man sieht Ich hätte hier gerne mehr, mehr, ähm Regionale Waren gehabt, ne Aber gut Haben sie ja gerade Okay, ich hab die mal wieder leer gekauft Ähm Hi, hi Dankeschön Ich würde gerne, äh, ja Dankeschön Uh Das nehmen wir natürlich, äh Achso, ja Entschuldigung Das nehmen wir auch Das nehmen wir auch Die nehm ich auch Das kaufen wir auch alles ab Nö Auch wenn wir's finden Kaufe ich jetzt alles ab, weil ich brauche alles, was ich kriegen kann Ey, wir sind schon nicht, ich würde nicht sagen, dass wir schwach sind Aber das war schon wieder Komplett Absolut Na, da bin ich schon wieder raus Um berühmt die, äh, andere Persönlichkeiten zu zitieren Naja, berühmt in Anführungsstrichen So, das machen wir auch mal rein, das machen wir auch mal rein Äh, was haben wir hier Hab ich da noch Ah, okay Ne, erhalten Ähm So Anordnen Okay, warte, vielleicht sollte ich mal den Filter nehmen IP Wiederherstellung Okay Äh, das war ganz gut, ne Oder? Ne, der hier war ganz gut, ne Ich meine, das eine schließt ja das andere nicht aus Ah, ne, das war der nicht Boah, der andere War da auch so Fisch Oder war das doch der? Hm, doch Hä? Achso, ja, okay Okay Ich bin momentan Ich hab nicht geguckt, äh, ob ich da um wechseln kann, ne Egal Äh, 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 was bringt mir das? Mh, 600 bis 1900, okay Ich mach aber erstmal das hier Kann ich das andere bestimmt nicht mehr machen? Dem, ja, okay Ah, die Kantoffelpoper Die waren unglaublich auch ganz gut Ähm Hm Die waren nicht so gut, ne Ich bin grad nicht so gut, äh, sicher Ähm Ah ja, hier muss er wieder Ist wahrscheinlich neu Ah ja, und kann ich auch nur einmal machen, ähm Ah, ist auch nur einmal Und kann ich auch nur einmal machen, ähm Belebt, okay Äh Okay, das ist definitiv zu wenig Das könnte hier vielleicht noch gut sein Oh, ja Hätte ich auch so machen können Oh, okay Achso, ich hab den Figurenbonus schon drin, okay Entschuldigung Okay, ähm 300, 800 bis 1200 Das könnte vielleicht auch Das hatten wir noch nicht Es sei denn, wir haben es irgendwo so bekommen Und ich, äh Ne Ah, okay Aber selber gemacht hatten wir es noch nicht So meinte ich das Ich kann eigentlich nicht, äh, wählerisch sein, ne Oh, automatisch Das gefällt mir Aber wir brauchen ja eigentlich alles, ne Ah, 300 ist halt wenig, ne Hier, das da ist, wo ich jetzt noch ein bisschen was dran Auch wenn es so ungewöhnlich belegte Pizza ist Oh, so viel brauchen wir gar nicht mehr Dann haben wir auch automatisch, okay Zweimal Okay Gleich weg Ja, war ja klar Vom letzten Mal noch, ne Äh, 150, ist ein bisschen wenig Ah, die beiden könnten wir hier noch machen Aber ich mach erstmal die hier, glaub ich Trämen wir eh nicht alles hin, weil ich glaub nicht Ich hab nicht, oder? Hat genug Marmelade Kann sein Ist doch genug Marmelade Ja, hab ich doch Und Tofu hab ich erst recht genug Und dann müssen wir nur noch Glück haben Aber ich glaub, bei dem anderen Gericht war, glaub ich, kein Tofu oder... oder? Guck mal gleich mal Guck mal gleich mal Wenn wir hier durch sind Wenn wir hier durch sind Ich mein, so viel können wir eh nicht verwenden Weil die ja irgendwann satt sind Ah ne, das war hier, äh... Belebt, ne Ah ja, brauch nicht dasselbe, okay Ich mach mal aber nur 20 Stück, ne Ich will nämlich nicht alle Dings auf einmal... Okay, und hier kann ich nur 6 Verbrauchen, wollte ich sagen Äh, ja Das war halt nur diese winzigen, ne Ja, und da wollte ich nicht so viel von herstellen Ich glaub, jetzt müssen wir eigentlich alle Rezepte wieder... Hä? Hier Oh, hier ist Dings Uh, okay Und die Haarnadel Ähm... Achso, okay Haben wir tatsächlich alle schon gemacht Sehr schön Ähm... Ja Einmal durchgehen Das wird noch super Dann wird noch lustig, Leute Ja, hier könnten wir auch mal irgendwann mal wieder was gebrauchen, ne Das sollte ich vielleicht auch mal machen, eine Verteidigung und, äh... Sowas Oh Ich krieg wieder was Achso, wegen Gericht... Ja, ist klar Moment Ist so jetzt schon wieder der zweite Tag? Ne Das hatten wir doch schon Es ist doch noch nicht, äh... Also ja, 0 von 1, ne Hatten wir schon Wahrscheinlich, weil wir nochmal raus sind Achso, okay Irgendwie ganz weird Ach, ich hab eigentlich gar keinen Bock, ne Das Ding ist, ich hab gar keinen Bock Ach, ich bin zu weit gegangen Ich bin definitiv zu weit gegangen Ich bin definitiv zu weit gegangen Okay, von da aus kann ich dann... Ganz gut, äh... Warte mal... Ach... Ich hab wieder was vergessen Ah... 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 Dieses hin und her Und hin und her und hin und... Hast du nicht gesehen und... Ja, okay Aber es muss sein Kosten... Äh... Kostenlose Heilung zu Beginn muss immer sein Ja, wie gesagt, wir wollen ja auch, äh... Sparen Ne Ich muss gleich sowieso erstmal den Roten besiegen Schon wieder Schon wieder Oh Gott, das ist lustig Soll ich mir trotzdem gleich mal, ähm... Von dem Ast hier... Ah, okay Einmal mitnehmen Wir bewegen uns ganz, ganz langsam Ja, ich krieg dir jetzt schon Schaden, ne Sehr schön, äh... Ich traue dir trotzdem nicht Ich sag doch, ich traue dir nicht Ich traue dir keine drei Millimeter über den Weg Komm her Ach, warte mal Ach, ne Ach, ne Nicht schon wieder Weißt du, warum das scheitert? Werden wir jetzt erzählen Immer wieder vergesse... Meinen Tief zu ändern Und Aloy gar nichts brauche Aber hey Irgendwann zum Scheitern braucht man ja, ne Neben dem Neben dem, dass ich mich selber schädige Oder schade So... So... Oh, hier... Ich traue dir... Ich will trotzdem Dankeschön Ich hab ihn jetzt besiegt Ähm... Aber ich mach mal, glaub ich, kurz Pause, ne Ich werd mal kurz hier, äh... Ne Part pausieren Ne? Weißt schon Damit er sich nicht selber beendet Weil, äh... Bevor ich das wieder vergesse In dem ganzen Trubel hier Ihr wisst Bescheid Don't stand so...